Hallo, ich bin Abdullah Idris. Ich bin aus Syrien gekommen. Ich bin seit zwei Jahren und acht Monaten in Deutschland gewesen mit meiner Familie, mit meiner Frau. Und ich habe viel Liebe gehabt am Anfang. Ich habe kein Deutsch gesprochen oder ich habe keine Arbeit gehabt und ich habe viele Papiere von der Stadt bekommen und die Papiere müssen Antworten machen, müssen auffüllen und das war für mich sehr, das war sehr schwer. Ich bin leidenschaftlicher Wanderer, laufe sehr gerne, war unterwegs Richtung meiner Firma über den Wambolderhof oder Sand und habe dort eine Gruppe von Menschen gesehen und habe mich dafür interessiert und in diesem Zusammenhang habe ich Abdullah kennengelernt. Abdullah war in dem Gespräch, was ich mit einem Herrn geführt habe, sehr aufschlüssig, war sehr interessiert gleich an Arbeit. Ich habe Abdullah dann acht Tage später eingestellt und habe mit ihm persönlich selbst gearbeitet. Es hat mir viel Freude gemacht und habe erkannt, was in diesem Mann steckt. Er hat viel Wille von Anfang an gezeigt, viel innere Antriebskraft, die er auch nach außen bis heute umgesetzt hat. Mein richtiger Dank geht um das deutsche Volk und die deutsche Regierung und für ihre Behandlung für meine Familie. Und vielen Dank für meine deutsche Lehrer und für meinen Chef. Und Tschüss. Und Stab. 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 Untertitelung des ZDF, 2020